Hallo, ich heiße Anja. Hallo, ich heiße Kola. Guten Tag, ich heiße Anja. Kinder, kennt ihr den Unterschied zwischen Wirbeln? Stehen und stieren, liegen und liegen. Ja, das stimmt. Hallo, ich lerne in der Klasse 6a. Seht bitte, hier ist meine Schultasche. In der Schultasche liegen meine Schultasche. Kola, wo liegen meine Schultasche? Deine Schultasche liegen in der Schultasche. Das ist ein Lehrbuch. Ich lege das Lehrbuch auf den Tisch. Kola, wohin lege ich das Lehrbuch? Du legst das Lehrbuch auf den Tisch. Aber ich stehe an den Schrank. Wo stehe ich? Anja, du stehst an dem Schrank. Das ist ein Stuhl. Ich stelle den Stuhl an die Tafel. Anja, wohin stelle ich den Stuhl? Du stellst den Stuhl an die Tafel. Mhm. Kinder, wer kann schon die Frage beantworten? Wie unterscheiden sich die Verben stehen und stieren? Legen und liegen. Sie antworten auch verschiedene Fragen. Stehen wo? Stellen wohin? Dasselbe mit Verben legen und liegen. Legen wohin? Liegen wo? Das ist ein Bild. Ich hänge das Bild an die Tür. Wohin hänge ich das Bild? Du hängst das Bild an die Tür. Anja, wo hängt das Bild? Das Bild hängt an der Tür. Wie Scheine. Tschüss! Bing, 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 banana phone. Ding, bing, bing, ding, ding, donng, ding, donna phone. Untertitelung des ZDF, 2020